. Guten Abend miteinander. Heute möchten wir Ihnen am Beispiel der Reginatrauben zeigen, was es braucht, bis Sie die süssen Früchte aus Ihrem Kotblatt heimtragen können. In der sonnigen Rebgärte im tiefsten Süden Italien werden die Trauben das ganze Jahr gepflegt. Und wenn es so weit ist, sorgfältig abgelesen, Trauben für Trauben. Alles verlesen und verpacken ist Handarbeit, denn GOB stellt höchste Ansprüche an die Qualität. Jede einzelne Traube wird genau angeschaut, bevor sie abpackt und für den Versand bereit gemacht wird. Und dann werden sie verladen in die Eisenbahnwagen. Kühlt auf die natürlichste Art mit Eisblöcken aus reinem Quellwasser, damit die Trauben auch während der schnellen Reise in die Schweiz dauer frisch bleiben. Und schon sind sie parat in Ihrem GOB-Laden, die Trauben aus Italien voll Sonne, Vitamin und Traubenzucker. Und jetzt bitte ich Sie noch um die Aufmerksamkeit für GOB-Aktionen. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend. Zum Anfang die aktuellen Modepreisschlager. In Ihrem GOB-Warenhaus finden Sie die neueste Herbstmode zu sensationell günstigen Preisen. Zum Beispiel das Damenkleid für nur 89 Franken, das Sweatshirt für 55 und der Schub für nur 65 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOB 9 verschiedene Sorten Knorr-Suppe, ein Beutel nach Wahl statt 1,5, nur 75 Franken. Tiefgekühlte, grillfertige Goldstar-Boulet, das Kilo statt 6,10, nur 94 Franken. 2 Stück Servilla statt 1,70, jetzt nur 31 Franken. GOB Orange oder GOB Citro, ein Liter nach Wahl statt 95, nur 75 Franken. Und nur morgen über morgen und am Samstag italienische Reginatrauben, das Kilo nur 1,70. Und 4 Kilo nur 6,40. Auf Wiedersehen.